Marie In seiner guten, sanften Hand Im Haar trägt er ein Seidenband Er schlägt den Krügel dir ums Ohr Da spritzt das Blut gar hell und vor Dein neuer Huber gingen zwei Ihm war das alles einerlei Marie Warum geht er so eilend fort? Warum spricht er kein einzig Wort? Was hat den Knaben so bewegt, dass er dich einfach niederschlägt? Er war still, er war so zart Sein Kinn war weich und unbehaft Wer hätte das von ihm gedacht? Marie, er hat dich umgebracht Marie Emil Martin gehört Und O O L Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nun liegst du hier und kannst dich vor Die Straße ist ein schlimmer Ort Zu sterben, denn schickt sich nicht Dass man im freien Augen riecht Warum ist diese Welt so schlicht? Warum war er so ungerücht? Nein 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 Nein